redstone haben wir jetzt fast ein stack dass wir noch ein bisschen energie speichern können bevor wieder nacht wird so gut dann schauen wir mal wir haben zinn noch mal kupfer kupfer ne eisen gold das quatsch kann ich euch auch hier rein tun silber und lied und redstone machen wir das so dass das dass das das hier haben wir unser eisen da haben wir noch mal eine abwehr jetzt haben wir da das rohmaterial rein so dann schauen wir mal wir brauchen eine so leadstone war block of redstone wir brauchen glas und lied die harten kriegen wir glaube ich nicht hin die wäre mit in war genau und in war haben wir nicht wir haben nämlich kein dings gut dann machen wir mal unseren blog zack da haben wir unseren blick jetzt brauchen wir sand wo kriegen wir jetzt sand her da schaue ich mal sand auf uns das herstellen können weil ansonsten haben wir ein problem im crasher juhu super wollte ich schon immer mal im crasher machen chemisch im pulverweiser okay im sludge boiler zu 33 prozent und das war's juhu klasse wir kriegen kein glas hin wir kriegen kein glas hin wir kriegen kein sand und rein stone geht es offensichtlich nicht dann müssen wir uns echt überlegen ob wir das wein stone einarbeiten kann ich den eigentlich nein der nimmt er erst gar nicht an der hat auch nicht dann haben wir jetzt echt ein problem ist müssen wir uns noch irgendwie ein rezept einfallen lassen dass wir an sand kommen weil sand wird ja so nicht generiert ich versuche jetzt trotzdem mal ich nehme mal hier einen unserer clean stones hau den mal in den crasher das sollte rein theoretisch gehen nein noch nicht mal das geht aber ein cobble stone müsste gehen hoffe ich ein cobble stone geht auch nicht das heißt wir kommen noch nicht mal an flint ja dann werde ich doch noch mal rezepte anpassen müssen das ist natürlich jetzt ungünstig welchen weg wollen wir dann am besten nehmen am besten wäre cobble stone hier zu gravel machen können aber wir brauchen ja auch flint tja das ist echt ungünstig jetzt wie kommen wir jetzt an sand ja kompress sand haben wir natürlich nicht crasher ja diesen crasher zu bauen meine freunde wird ewig sein das ist der crasher von immersiv engineering silikondioxid ja kriegen wir so ja auch nicht einfach her pulverweiser wäre natürlich eine möglichkeit aber ich glaube nicht dass ich jetzt ein pulverweiser gekraut kriegen weil ich müsste glaube ich für den machine frame brauche ich glaube ich auch glas wir können uns ja mal schauen pulverweiser genau da brauchen wir machine frame brauchen wir nämlich auch glas warte ich warte mal bis der basic da ist da seht ihr glas okay glas hätten wir nicht ich habe gerade überlegt wir könnten ja hier die kuppel abbauen aber ich habe ja kein silk touch und silk touch gibt es nicht weil wir kein tinkers drauf haben tja tja freunde jetzt haben wir echt ein problem aber wir haben ja diesen mondstaub wenn wir jetzt sagen wir machen aus dem mondstaub machen wir sand aber wie im ofen oder im grindstone oder einfach craften da wir viel und staub haben komm wir machen das jetzt einfach mal so wir machen jetzt folgendes wo haben wir denn hier unsere kiste haben wir hier mondstaub drin monddirt man tough da so ich gehe jetzt mal hier rein gehe slash sage mrtm war das glaube ich nein warte mal mine trigger receive maker so so jetzt sagen wir wir machen hier aus neun mondstaub machen wir einen sand jetzt brauchen wir mal sand aber ich glaube nicht dass ich jetzt so ein kriege nein müssen wir dann nochmal raus ich muss mir mal einen sand geben im kreativen modus da so also nochmal mondstaub aus neun mondstaub ein sand ich denke das kann man so vertreten weil das braucht er jetzt dann ewig oder ich überlege gerade ob man werkzeug einsetzen soll aber ne so on turf ein sand soll da raus kommen jetzt sehe ich hier gerade nichts muss man xx eingeben und sage ich weiß gerade nicht was ich hier einstellen soll ich sage einfach mal ok so dann zack gehe ich hier rein und sage mt reload reload scripts reloaded dann probieren wir das mal aus mond er gibt ein sand genau da machen wir das so ich hoffe ihr seid damit einverstanden weil das ist ein relativ teures rezept ich denke das können wir so ich war schon draußen ok das können wir so vertreten stopp ganz kurz den sand hatten wir uns geklaut den müssen wir natürlich wieder zurück tun so also wir machen uns aus mondstaubsand weil dann muss ich jetzt nicht der mehr aufwendige rezepte einfallen lassen dann brauchen wir nur noch mehr mondturf dörd 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 müssen wir ein bisschen schaufeln ich weiß nicht kann man das schaufeln aber das geht auch mit der spitzhacke glaube ich dann nehmen wir uns mal von da hinten irgendwo wo es nicht so auffällig ist überall löcher hier brauchen wir uns einfach ein bisschen und staub ab und mondstaub ist auch nur die oberste schicht danach kommt direkt der dirt also ist das rezept wirklich nicht so günstig auch wenn ihr mondstaub ohne ende rumläuft herumläuft vor allem weil es ja auch so läuft weil es ja beine hat machen wir das einfach mal so 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 gut die dinger kann ich ja noch nicht abbauen diese fallen meteors haben wir hier noch was rumfliegen nein gut dann hüpfen wir mal zurück an unserem hans vorbei hallo hans da drin ist franz dann machen wir uns noch mal ein bisschen sand zwei drei so dann haben wir hier vier sand dann nehme ich noch mal ein paar sticks obwohl warte mal hier kriege ich ja nur das hier raus na ich brauche schon wieder ach wir haben die noch gar nicht aufgeladen gehabt tolle das ist ein bisschen was so muss man nicht direkt ganz tot es ist echt gefährlich hier das ist wahnsinn mann 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 so tauschen wir einmal schon mal wieder aus so was wollte ich machen da bekommt man ja nur diese fragmente raus genau äh fragment da gucke ich mal ob man die als fragment ob man die als brennstoff benutzen kann hydrogengas da bekomme ich glaube ich dings raus ne da kann ich mir irgendwie methan draus machen treibstoff mehr geht da nicht okay also ich kann das nicht als teil benutzen gut das heißt wo hatte ich jetzt das holster ich mache mir nochmal ein paar sticks und nehme die als teiler wenn ich einfach nur nicht so viel wenn ich nicht direkt acht brennen will dann können wir nämlich jetzt nochmal zwei sand hinterher machen so und ich brauche bald einen anderen crafting table ich glaube ich werde mir mal die workbench bauen so äh usage wir wollten uns bauen na toll 24 rezepte ähm meta booster okay was man alles daraus bauen kann ah ein porter okay ähm wir wollten uns bauen ein frame na komm schon da leads don't end it the frame da brauchen wir leads dann noch okay was ist hier los achso gut wir brauchen leads das heißt ich muss hier vier lead haben das heißt ich mache erstmal zwei Noch mal drei auch nichts den hebel abbrechen wir freunde gut Dann schmelzen wir uns das auch noch eben durch. Das sind dann noch mal 8 Sticks. 6, 7, 8 Mann, Mann, ist das aufwendig hier. Und bald bin ich die Nacht hinein. Sie bricht über uns. Nicht ins Essen, sondern über uns. Man kommt hier nicht voran irgendwie. Also ich glaube, auf der Erde wäre ich schon viel weiter. Das ist echt Wahnsinn. Mag man so gar nicht glauben. Aber es ist echt anstrengend auf dem Mond. So, komm, brenn durch. Dann haben wir mindestens Teil 1 schon mal. So. Dann das, 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 das und das, 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 das. Wir haben schon mal eine Leechon Energy Frame. So. Dann brauchen wir Kupfer, Kupfer, Kupfer und wir brauchen ein Redstone Conduit aus Elektrum. Elektrum war Silber und Gold. Silber haben wir zum Glück und Gold auch. von daher nehme ich hier einmal Gold. Ich nehme Silber. und Kurbeln. Und Kurbeln. Und Kurbeln. Ich müsste jetzt eigentlich Musik einspielen. hier so Ware zur Musik. So, daraus müssten wir eigentlich direkt Elektrum herstellen können. Zack, machen wir. So, dann, ähm, Redstone habe ich noch hier im Inventar. Und Kupfer können wir dann eigentlich auch schon direkt machen. Äh, drei Kupfer brauche ich. Das heißt hier können wir auch schon mal wieder Kupfer verpulvern. So, Kupfer. Dann haben wir hier unser Elektrum. Dann haben wir hier unser Kupfer. Da haue ich jetzt einfach mal mit Charcoal rein. Dann brennen wir die anderen Elektrum direkt mit. In der Zwischenzeit craften wir das mal schnell. Dann haben wir das schon mal. Sehr gut. Dann haben wir ja bald alles. Wir brauchen das, wir brauchen das. Wir brauchen dann die drei Kupfer. Äh, ja, Kupfer, genau. Zwei. Drei. So. Drei Kupfer. Das und das. Und hurra, wir haben eine Energy Cell Frame. Zack. So. Dann müssen wir die natürlich hier an den Strom stellen, dass die geladen werden kann. Beziehungsweise, dass sie als Puffer wirkt. Das heißt, ich muss mal hier das hier abhauen. Zack. Stell die da rein und sage, die lädt, Gott sei Dank. Da und da Eingang und ein Ausgang. Ja, sehr gut. Ist direkt richtig eingestellt. So. Das heißt, wir werden jetzt auch Nachtstrom haben, vorausgesetzt der Tag ist noch lang genug, dass die noch ordentlich laden kann. Viel ist es nicht. Na, das kann ja lustig werden. Aber wir haben die Chance zu überleben. Das war jetzt erstmal wichtig. Und dann müssten wir uns jetzt langsam mal vielleicht ums Essen kümmern, dass wir da auch eine Chance haben zum Überleben. So, ich hau dann mal hier die Ingets rein. Jetzt haben wir hier ein Kabel sogar noch übrig. So. Das heißt, ich brauche Sticks. So. Zack. Dann. Zack. Dann machen wir uns nämlich hier die Crops draus. Da haben wir sie. Und ich habe ja mittlerweile Eisen. Das heißt, ich könnte jetzt, wie viel Eisen Ingets habe ich noch? Fünf. Das müsste lang. Bowl brauche ich drei Planks, glaube ich. Dann machen wir es nämlich auch direkt die Gießkanne. Nein. Mist. Wie war denn jetzt die Bowl? Das ist jetzt schlecht. Warte mal. Watering. Watering. Watering, ja. Was? Da, empty. Eine Bowl. Ach, aus Slips. Okay. Dann machen wir die aus Slips. Okay.